die macht jetzt anscheinend dass alle bücher also die büchermod die ich drauf gemacht habe macht anscheinend dass alle bücher die ich noch nicht gelesen haben so einen lilan schein oder einen grünen schein außenrum haben mal sehen ob das wirklich so ist hier habe ich ein bisschen mein inventar gelehrt noch vorhin ich wollte eigentlich zurückporten wollte alles mal ein bisschen ordnen aber da ich ja hier drin bin habe ich keine lust gehabt zurückzulaufen und dann wieder hinzulaufen also jetzt hier direkt weiter auch gut hier waren wir noch nicht habe ich noch das richtige an jawohl ich bin richtig oder ja ich bin richtig alles klar ich wittere hässliche zwemer fallen expert das müssen wir eigentlich machen ah da kratzen sie schon an der tür da war glaube ich schon was nein oh mein gott was war da denn los die habe ich so krass niedergemetzelt ich habe noch ein bisschen geskillt ein paar skill punkte vergeben und äh ich sollte jetzt eigentlich ein bisschen weniger schaden bekommen meine zauber machen jetzt 25 prozent mehr schaden glaube ich schade dass man die nicht alle looten kann hier ne steinbett schlafen was bringt das hier ist hier auch irgendwas wer zieht jetzt wehmer beignt wehmer metall guck mal hier jade diadem oh das ist nice 300 gibt das aber das war jetzt alles oder was na super respekt 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 auch echt jetzt bleib doch mal stehen da ist noch einer shit da hinter mir auch noch einer ne ne nur da drüben ne oh ich hab keinen mana mehr was Das doch. Mhm. Wir sind alle an Party machen, ne? Ja, vielleicht kommen da noch ein paar. Äh, den nehme ich dann mit. Jetzt gucken wir mal, hier sind wir hergekommen, ne? Ne, hier sind wir dann hergekommen. Okay. Ja, alles voll mit Ruhen hier. Vier Gold. Toll. Dann bin ich da vorne hergekommen. Alles klar, stimmt das? Ja, ich bin hier hergekommen. Okay. Gucken wir uns da unten nochmal um. Okay, wirklich nichts. Tja. Tja. Wahrscheinlich da, dann gehen wir zuerst mal hier rein. Aha. Müssen wir mal ein bisschen aufhören, hier zu spammen. Ich drücke mal rechte Maustaste, um hier mit dem Schwer zu schlagen. Die ganze Zeit. Das ist eigentlich sinnlos. Weil der macht das. Ich glaube das. Frostbiss. Das kenne ich glaube ich schon, ne? Kaiserlicher Bogen der Furcht. Ich nehme mal mit zum Disenshanden, weil ich glaube, das habe ich noch nicht hier. Okay. Noch eins weiter. Jetzt kommen wir doch schon mal in die Region hier. Warte, ist denn eigentlich nochmal mein Auftrag hier? Ach ja, eins Okular vordringen. Scheint echt riesig zu sein hier. So. Ähm. Map. Aha, da muss ich hin. Ja, man merkt, dass das ein bisschen mehr Schaden macht, ne? Tschüss. Oh, Eier. Gibt es jetzt auch noch von denen. Alles klar. Ist ja riesig, die zwei Mainstranzen hier. Krass. Ah, es geht links. Ich höre etwas. Ah, hier. Oh, schön. Wie bei Walking Dead. Immer schön in den Kopf rein mit dem Dolch. Oh, jetzt hat er da nicht geschossen. Oh, jetzt hat er da nicht geschossen. Oh, ist da gerade ein Pfeil getroppt. Ich habe es doch genau gehört. Da ist ja mal einer. Ah, das ist wieder so ein Caster, ne? Oh, da oben kommt noch einer. Hallo. Manchmal schießt er, ne? Klar. Mach den doch Blatt jetzt. Ektoplasma. Schön. Fokuskristall. Was auch immer das bringt. Mhm. Den habe ich schon. Yeah, Devil. Ich bin doch hier reingekommen. Ach so, das geht ja genau. Hier wollte ich nochmal kurz gucken. Nee, ist nichts mehr. Okay. Gut, wie sieht das jetzt hier aus? Okay, wir gucken uns erstmal nach rechts um, weil nach links geht es ja anscheinend weiter. Mhm. Hier ist eine Tür. Also wieder Wissenschaftler. Der Devil High. Ausnahmsweise keine Werbung. Ich bin beruhigt. Komm, wir machen das mal auf. Meister. Ja, das kostet wieder ein paar. Da ist mein Skill einfach nicht hoch genug, ne? Boah, das wird heftig. Das könnte ein paar Dietriche kosten, ja. Oh mein Gott. Die kriege ich nicht so auf. War hier was? Komm, einen probiere ich noch. Eigentlich können wir zweimal drücken dann so und dann wieder neu machen, ne? Okay, bringt auch nichts. Kriege ich so leider nicht auf. Jetzt gucke ich doch mal da hinten nochmal. Was ist das hier? Okay. Okay. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Das ist doch super. 3. Das ist doch geil. Januar. Vorhin habe ich noch geguckt. Vor 2-3 Stunden habe ich noch auf der HP geguckt und bei Steam gab es noch nichts. Kam eben erst raus, die Meldung, ne? Top. 3. Januar. Alles klar. Bin dabei. 25. Allmächtiger. Massives Twemer-Metall. Ich nehme es mal mit. Boah, das ist ja riesig hier. Vielleicht sollte ich doch erstmal dahin noch, ne? Also ich habe den ersten und den zweiten frei. Am dritten muss ich wieder arbeiten. Also eher keinen 24-Stunden-Stream am dritten. Mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich habe ja auf zwischen Weihnachten und ein neues Jahr gehofft, ne? Das wäre halt geil gewesen. Lachs. Lachs. Lecker Lachs. Das wäre halt echt fett gewesen. Naja, mal gucken. Lässt sich bestimmt irgendwas einrichten. Waffen und Rüstung können um 20% verbessert werden. Okay. Okay. Ah, okay. Ich habe den Schlüssel noch nicht. So. Jetzt gehe ich erstmal da rüber, ne? Na, gucken wir uns erstmal da drüben rum. Oh, das ist schon die Tür, ne? Naja, da muss ich schon rein. Ich muss wahrscheinlich hier jetzt irgendeinen Bossi besiegen und dann kriege ich den Schlüssel. Ich nehme die wieder auf. Die liegen noch nicht umsonst hier rum. Okay. Naja, anscheinend schon. Zähkens fairen Meister. Okay. Oh, ich habe hier nichts mehr drin. Scheiße. Ah, Zaubertränke. Okay. Warum bin ich jetzt tot? Ach, das war meine Ausdauer. Okay. Okay. So, das ist auch schön. Ähm. Okay, das nehmen wir auch noch. Dann kriegen wir ein bisschen dazu. Das hier. Ich sehe das hier gerade gar nicht. Das hauen wir auch noch rein. Das auch noch. Wumpe. Ganz ehrlich. Mehr habe ich leider nicht. Oh, shit. Krass. Krass. Krass, krass, krass. Bitte? Nix. Ja, klar, hilft dir Steam dabei. Also das... Also weg ist das Zeug nicht. Das kriegst du schon hin. Ich muss mal kurz die Sachen hier gleich auf, äh... Dings legen. Jetzt können wir eigentlich gleich mal nur hin, ne? Das ist doch Favoriten. Nehmen wir gleich. Natürlich kommt er direkt. Ja, das war scheiße. Kann ich vergessen. Wenn der schon hier durchkommt. Boah, der ist heftig, der Junge. Äh. Ich habe abgespeichert. Das ist kacke. Was hat mich denn da getroffen? Ich habe so kacke abgespeichert, echt. Boah, ist das krass. Ist das krass. Ich kann mich nicht mal bewegen, bevor der schießt. Boah, zwei Schuss bin ich tot. Gras. Was ist das für ein heftiger Typ? Also das erste kriege ich auf jeden Fall immer ab. Das kriege ich auf jeden Fall ab. Dann nehmen wir gleich mal... Hm. Du fliehst sofort. Das ist ein krasser Dug. Boah. Soll ich das machen? Ich habe so kacke abgespeichert. Kann ich ja nicht wissen. Okay, ich versuche mal abzuhauen. Ich hoffe, der kommt nicht. Kann ich ihn nochmal speichern und nochmal neu aufladen. Wird spannend.